Das ist nix. Ja, mit einem Mitreid mit. Noch ein zweiter. So. So, ein langes Meter hoch. Ja, wie kommen wir am besten jetzt hoch? Alles zurück will ich jetzt nicht. Es gibt sicher hier irgendwo einen Weg nach oben. Ohne dass wir uns hoch bauen müssen. Ja, natürlich nicht. Also schauen wir mal. Ein Dorf. Wir gehen Richtung Dorf. Also hier hoch. Also wir sind bei 23 Stunden. Jetzt tun wir es nicht. Ja, ich baue es einfach ab. Man bekommt Erfahrung dafür. Lass es halt liegen. Aber da dieser Mod eigentlich fast nichts Technisches in sich hat. Irgendes aus. Also auch nicht so viel. Also wir machen ein Rettung schlossen. Aha. Kugels. Yay. Flammen brauchen wir nicht. Schinipuppel auch nicht. Musikdisk auch nicht. Smite. Praktisch. Smite, Smite, Smite. Nee. Mehr als Eins brauchen wir nicht. Ach komm, ich brauch keins mehr. Die Bücher wurden ein bisschen weniger wichtig, da man alles verzeihen kann. Also hier sind wir hochgekommen, da haben wir uns zum besten hier weiter. Ja Grebel, ich weiß, dass du mich magst, probier bitte nicht. Dankeschön. So, wir sind bald oben. Noch 10 Meter. Ja, wir können hier mal Riebel, da ist irgendwo was. Roten. Roten. Ja. Hallo Wasser. Schalt dich jetzt ab. Du wirst verschwinden. Für immer und elbe. Dankeschön. Oh. Oh. Hat sie wieder nicht gefunst. So. Und jetzt sollten wir eigentlich rauskommen. Ich bin gerade auf einen Berg. Okay. So. In diese Richtung. Oh. Das sind Blüten. Also. Kischblüten. Kleine. Ja. Haben wir ein schönes Däufchen gefunden. Hallo. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Nehmen wir da. Nehmen wir da. Wir werden uns hier mal ein Vapor machen. Wir gehen später das Zeug holen. Auf eins. Vor allem die Karotten. So. Kartoffeln. Du wirst eine Schaufel verkaufen. Ne, danke. Wenchen habe ich nicht. Eine. Ein Rittenbuch. Aber das ist so ein normales Buch. Wo man. rein. Schreiben kann. Das sind die. Gräser. Ah. Das tut schon mal. Viel besser. Aha. Haben wir. Ja. Lassen wir die da. Nehmen wir die später dann. Mit. Hier haben wir einen. Wilder. Der weiß. Kleider hat noch. Ah. Das ist viel zu teilen. Hier haben wir zum Beispiel die von diesen. Hochofen. Sachen. Die herstellen. Hier haben wir die Rezepte. Aber die können wir dann alle. Vor Ort machen. Leider haben wir hier keinen Hochofen. Aber. Ähm. Bei ein paar dürfen. Gibt's die. Cool. Nicht schlecht. Gehen wir ein bisschen hier oben. Da müssen wir leider schon wieder zurück. Aber wir wollen ja noch ein bisschen Action haben. mal. Das ist eine. Falle. Das sieht man am Gravel. Da unten ist nur Gold. Also bringt es sonst nichts. Okay. Sprinten wir nach Hause. Können aber hier nicht sprinten. Gibt's eigentlich die Sprint Taste schon? Ne. Oh. Ist nämlich schön hier. Da würde ich etwas austauschen. Hm. Ich hab nichts zum austauschen. Ja. Es ist mehr Blut. So. Die will ich einfach mitnehmen. Die. Sie wird sehr praktisch in der Gärtnerei. Gärtnerei. Meine Katze hat wieder Bauchweh. Jedes Mal. So. Nach Hause. Telefonieren. Das sieht so ein Bambler. Wir haben keine Axt mehr. Ja. Wir haben genug. Ja. So. Unsere Creeper bloßen. Muss den Weg gehen. Hm. Wir müssen. in diese Richtung. Oh. Ist die einmal dicht. Na kurz. Say. Bequeren. Da gibt es auch noch eine Schlucht. Ok. Dort ist Lava. Hm. Hier sind ganz viele Sonnenblumen. Die Tagswiebel. Äh. In der Nacht. Noch. Offen sind. Hallo. Schwein. Schwein. Hm. Leute. Aber. Ja. Wenn ich nichts zu erzählen habe. Kann ich ja nicht viel reden. Ich könnte gerne ein paar ähm. Ja. Vorschläge in die Kommentare posten. Was ich so reden soll. Und. Ich bin halt nicht so der der irgendwie so mega Quatsch erzählen wie Gronko oder Saraza oder Pete Smith. Die erzählen noch sehr viel. Ich bin eher so der Typ der sich ja ein Teil immer halt heraussucht oder sonst irgendwelche Sachen erzählt. Und dann gibt es bei mir nicht so viel zu denken. Aber. Ist es jetzt wirklich so nötig. Dass ein Let's Player die ganze Zeit das erzählt. Ich finde. Man kann auch als Let's Player sehr gut das Spiel wirken lassen. Was da nicht immer alles erzählt. Bekommen. Äh. Erzählen. So. Lass mal reinlegen. Das Eisen nicht. Ähm. Gold. Das Gold. Das Gold können wir mal schließen. Quantum Dust. Die schauen wir mal an. Hexical Essence schauen wir auch mal an. Oh. 19. Das ist ja mal cool. Wir haben kein Dschungelwut. Sturm können wir keine züchten. Legen wir mal die hier rein. So. Also das Eisen ist wichtiger. Machen wir lieber noch mal ein paar Öfen. So. Hier legen wir das Eisen rein. Und jetzt schauen wir mit. Oh. Ja. Metriten Sachen. Axt. Einen Meteor. Können wir machen. Landtester. Metriten Schild. Das ist dann etwas später. Ähm. Ja. Ja. Warte. Das bringt jetzt nicht zu viel. Slime Brick. Slime Matte. Das sieht natürlich relativ schön aus. Magma Cream kann man sogar herstellen. Ja. Und Hexical Essence. Hexical Diamant. Und das ist ein Hexical Diamant. Und das ist ein Hexical Diamant. Ich will aber schauen. Was der. Diamant. Ja. Ja. Da kann man solche Triebball Sachen herstellen. Die Tiefrüstung. Die macht glaube ich schnell. Können wir schön. Was hab ich jetzt. Was hab ich jetzt.